Willkommen in diesem Kracher Ford Focus ST Turnier. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der neue EcoBoost Motor dieses ST ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem SCO Ausstoß fällt die Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Dieser ST vereint Sportlichkeit und praktischen Nutzen. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den grauen 18 Zoll Leichtmetallrädern gibt es noch rote Bremssättel. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze sind mit Leder Stoff bezogen. Fußmatten und beleuchtete Einstiegsleisten gibt es dazu. Für Ihre Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Das ESP ist speziell für die hohe Leistung des ST ausgelegt. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter bereitet stets gutes Raumklima. Und zum CD-Radio mit Navigationssystem gehört eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Extrem sportlich und dennoch luxuriös ausgestattet und praktischer als Kombi. Mit diesem ST werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Europaweit. Auf Wunsch verlängern aber bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss. Schauen Sie mal im untertitel. Vielen Dank.